GameTesticle. Gaming is our passion. Als erstes wollen wir euch gerne am Sonntag einen Überblick über neun Bundesligisten geben, wie es bei denen aussieht, Transfers, Abgänge, Transfererlöse und unsere Einschätzung zu den jeweiligen Teams. Das werden einmal sein der SC Paderborn, dann der SC FC Köln, Hamburger SV, VfB Stuttgart, der SC Freiburg, Eintracht Frankfurt, Mainverein, der SV Werder Bremen, dann die Hertha aus Berlin und Hannover 96. Das werden die Klubs sein, die wir diese Woche behandeln werden. Die anderen folgen nächste Woche, ist einfach im Grunde die Tabelle der letzten Saison mit den beiden Neueinsteigern der Bundesliga. Und ja, jeder von uns wird sich so eine Tabelle anfertigen und wir werden eine Einschätzung abgeben, wo wir die Teams sehen in der kommenden Saison. Als zweites Thema haben wir einmal den WWE SummerSlam, die Matchcard und Prognose. Also Wrestling, für die Wrestling-Fans unter euch sicherlich sehr, sehr interessant. Das Thema werden Matthias und der gute Flo größtenteils behandeln, weil mit Wrestling kenne ich mich einfach bisher null aus. Wirklich null. Also da bin ich genau wie ihr so praktisch im Zuschauermodus. Ich werde da, das ist auch ein weiterer positiver Effekt dieses Talks, ich werde natürlich auch was dazulernen über Wrestling und vielleicht werde ich meinen Kenntnisstand, was das angeht, dann auch ausbauen. Dann wollen wir als dritten Punkt gerne noch die NFL Preseason Games, die einmal diese Woche waren, die Buffalo Bills zum Beispiel, ein bisschen behandeln. Da gibt es auch so das ein oder andere Gerücht, auch was die Buffalo Bills angeht. Da möchten wir ein bisschen am Sonntag was zu sagen und euch auch einen Ausblick geben, ganz wichtig, über die Games oder Spiele, die auch in der jeweils kommenden Woche anstehen. Das ist für uns einmal wichtig, dass wir euch einfach sagen, was Cooles in der kommenden Woche immer nach dem Talk ansteht, damit ihr auch so einen kleinen Überblick habt, was Sache ist. Und als vierten Punkt, ja, als vierten Punkt wollten wir noch ganz gerne einmal ein bisschen die NBA anschneiden. Das geht einfach größtenteils da nur um den Ausfall natürlich von Paul George, der die Basketballwelt so ein bisschen geschockt hat. Und da wollen wir mal so ein bisschen vielleicht über die Verhältnismäßigkeiten der Reaktionen und alles, was dazu gehört, einfach auch mal ein bisschen reden. Ähnliches werden wir bei Marco Reus nächste Woche vermutlich auch noch machen. Und ja, das sind so im Großen und Ganzen die Themen mit dem Sporthalk. Wir haben uns in den letzten Tagen zusammengesetzt und auch schon uns ein bisschen mit Google Plus auseinandergesetzt, weil wir vorher überhaupt keine Berührungspunkte damit hatten. Und deswegen einfach auch die Einarbeitungszeit natürlich, damit das am Sonntag einigermaßen klappt. Das wird natürlich für uns alle so ein bisschen das erste Mal sein, dass wir live senden werden. Und ja, wir sind natürlich schon aufgeregt wie Bolle. Und wir hoffen, dass das bei euch einigermaßen gut ankommt. So, und dann noch zu unserer neuen T-Shirt-Kollektion. Seit gestern ist die online. Ich habe auf der Facebook-Seite bereits ein Post dazu rausgehauen. Diesmal haben wir uns entschieden, einmal nur einen einzigen Druck auf die Shirts zu machen. Hat einfach den Grund, dass die einfach dann am Ende für euch einmal günstiger sind als die, die wir beim letzten Mal designt hatten, wo unser Logo so drauf war, wie ihr es bisher kanntet. Jetzt eine neue Kollektion mit einer neuen Aufschrift einfach auch drauf. Finde ich sehr interessant. Finde ich auch ganz gelungen. Werde mir wahrscheinlich auch eins dieser Shirts natürlich holen. Und die Cappy vielleicht. Und da wollte ich einfach auch hier nochmal sagen, der Link zu unserem Spreadshirt-Shop ist hier unten in der Beschreibung. Schaut euch das mal an, wenn euch was gefällt. Könnt ihr das gerne einkaufen. Und da haben wir natürlich nichts dagegen. Wir freuen uns immer, wenn die Leute auch Sachen von uns natürlich anziehen. Und derzeit ist auch Rabattaktion bei Spreadshirt. Das heißt, wenn ihr, glaube ich, den Code hitzefrei20 eingebt, den Gutscheincode, dann bekommt ihr 20% auf einem Einkaufsjahr von 30 Euro. Wenn ich mich nicht irre. Genau. Also, der Spreadshirt-Link unten in der Beschreibung. Die Themenübersicht auch nochmal unten in der Beschreibung, damit ihr das auch nochmal nachlesen könnt. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Sonntag um 20 Uhr. Links gibt es bei Facebook und Twitter. Ach so. Aha. Wo wir bei Twitter sind. Es wäre echt cool, wenn ihr da draußen, die Twitter habt, uns folgt. At GameTesticleHD. Link unten auch in der Beschreibung. Da können wir besser interagieren mit euch, als das noch bei Facebook auch schon möglich ist. Allein schon wegen dieser ganzen Hashtag-Einbindung auch. Die funktioniert über Twitter einfach reibungslos. Und auch wegen dem Sport-Talk, da wird es Hashtag-GTHD-Sport-Talk wahrscheinlich irgendwie so in der Richtung etwas geben. Und da ist die Kommunikation einfach noch einfacher, als sie bei Facebook schon ist. Und da würde ich mich doch sehr freuen, wenn ihr einen Twitter-Account schon habt, uns zu folgen oder vielleicht euch einen Account anzulegen. Wenn euch das nicht zu viel ausmacht. Wir wollen euch natürlich nicht dazu drängen. Und ja, meine Haare hängen mir heute schon wieder ins Gesicht hier. Nun gut, gerade frisch geduscht. Noch kein Gel in die Haare gehauen. Deswegen fliegen die hier im Gesicht rum. Und ja, ich hoffe doch sehr, dass wir uns am Sonntag sehen. Wir freuen uns über jeden Zuschauer und über die Interaktion mit der Community. Bis dahin, euer Raphael von GameTesticleHD. Bis dahin, euer Raphael von GameTesticle.